Was ist heute für ein Tag? Wenn alle Montag, Nudeltag, Dienstag, Niedeltag wär, dann wär'n mir Lust geleid. Ja, wenn alle Montag, Nudeltag, Dienstag, Niedeltag wär, dann wär'n mir Lust geleid. Was ist heute für ein Tag? Heute ist Mittwoch, heute ist Strudeltag. Wenn alle Montag, Nudeltag, Dienstag, Niedeltag, Mittwoch, Strudeltag wär, dann wär'n mir Lust geleid. Ja, wenn alle Montag, Nudeltag, Dienstag, Niedeltag, Mittwoch, Strudeltag wär, dann wär'n mir Lust geleid. Was ist heute für ein Tag? Heute ist Donnerstag. Heute ist Fleischtag. Wenn alle Montag, Nudeltag, Dienstag, Niedeltag, Mittwoch, Strudeltag, Donnerstag, Fleischtag wär, dann wär'n mir Lust geleid. Ja, wenn alle Montag, Nudeltag, Dienstag, Niedeltag, Mittwoch, Strudeltag, Donnerstag, Fleischtag wär, dann wär'n mir Lust geleid. Was ist heute für ein Tag? Heute ist Freitag. Heute ist Fastag. Wenn alle Montag, Nudeltag, Dienstag, Niedeltag, Mittwoch, Strudeltag, Donnerstag, Fleischtag, Freitag, Fastag wär, dann wär'n mir Lust geleid. Ja, wenn alle Montag, Nudeltag, Dienstag, Niedeltag, Mittwoch, Strudeltag, Donnerstag, Fleischtag, Freitag, Fastag, Mittwoch, Strudeltag, Donnerstag, Fleischtag, Freitag, Fastag, Mittwoch, Strudeltag, Donnerstag, Fleischtag, Freitag, Fastag, Samstag, Samstag, Zweidag, dann wär'n mir Lust geleid. Ja, wenn alle Montag, Nudeltag, Dienstag, Niedeltag, Mittwoch, Strudeltag, Donnerstag, Fleischtag, Freitag, Fastag, Samstag, Zweidag wär, dann wär'n mir Lust geleid. Was ist heute für ein Tag? Heute ist Sonntag. Heute ist Suppentag. Wenn alle Montag, Nudeltag, Dienstag, Niedeltag, Mittwoch, Strudeltag, Donnerstag, Fleischtag, Freitag, Fastag, Samstag, Zweidag, Sonntag, Suppentag wär, dann wär'n mir Lust geleid. Ja, wenn alle Montag, Nudeltag, Dienstag, Niedeltag, Mittwoch, Strudeltag, Donnerstag, Fleischtag, Freitag, Fastag, Samstag, Zweidag, Sonntag, Suppentag wär, dann wär'n mir Lust geleid. Untertitelung des ZDF, 2020